Was ist das? Der Mann, den Besuch hält man! Schau dir! 3.000! Der Mann fragt darum, was der Frau neu ist. Es bringt alles nicht weiter, gell? Wir haben ihn zu potzen. Es ist gerade noch ein bisschen... Nein! Sorry, Kurt! Nein, nein, nein! Du, warum hast du den Boden so? Kannst du auch nicht aufnehmen? Nein! Kannst du den Boden runtergehen? Ja, das ist schon gut. Aber dann gehen wir nach dem Meter kurz zu tun. Warum nicht? Kannst du da rein kommen, Kurt? Du musst dir etwas zeigen. Schau, meine Freude! Du musst dich kehren! Komm, kehre dich nachher! Es ist lustig! Es ist lustig! Fest! Fest! Haha! 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 Das ist nicht gut! Test! Hey, Karl! Du, zwei! Schmeckst du sauber an sich zu schauen, gell? Ah, ja! Ja, nur da! Was? Ich kann dämpfen! Das ist das erste Mal! Da drinnen wir uns ins Internet! Oh! Ah, ja! Das? Ja, ja! Wenn du niemandem Geld für 100 Franken bekommst, dann lassen wir nur einen Betrieb! Haha! Hey! Hallo! 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 Was ist das blöd? Du, du bist der Schucherein. Der gute Kompromissler, der ist wohl im Besuch über. Was will ein Hup? Der kommt von einem Mann in der Wunderkleidungsprima Besuch über. Wer ist der? Der sucht immer noch Sadrathim. Das ist er. Und du hast ihn. Wer ist interessiert an der Adresse? Wer ist interessiert an der Adresse? Der wüsst sich. Das sind deine Brüder, oder was? Nein!